so zweite corona mäßige aufnahme hier so einfach geradeaus würde ich sagen ja ich jetzt durch das abschicken von whatsapp nachrichten nicht gleich richtig geguckt es gibt nur die spider das ist ja schön auch die enden und da schon wieder so mein mein lieblings monster ich könnte ihn sprengen ich mache auch mal die auskicker ja es ist wasser ja aber wenn der moichler der der emulator ins wasser geht passiert auch nichts ja aber irgendwie bei diesen dingen schon okay dann ich meine es ja realistisch und gut dass es gemacht habe ich mich nur gewundert also dann muss ich den jetzt mal bisschen ärgern bis herum fällt weil da gibt so viele erfahrungspunkte etwas grünes ach so jetzt kommt er noch angelaufen hier der lump jetzt ist er platt ich höre eine saatmutter ja ich weiß aber nicht wo stimmt ach da hinten ist zwei stück sogar eine ist weg und die andere ja komm schon einmal getroffen woher hinten ist sogar noch eine dritte alter ist heute tupper party oder was geht denn da ab ok dann machen wir das dann jo so und dann denke ich mal ein hinweis auf der ist aufgedeckt sehr gut hier ist noch munition und falls du brauchst ja bräuchte ich tatsächlich ich muss aber hier erstmal wieder rauskommen ah ok danke bitteschön wie ist noch mehr munition brauchst du noch mehr ist noch mehr da oben oder hier drinnen kommst du rein kommst du rein guckst du raus so hier ist noch eine kleine oh prima da noch was oh hier ist ja die haben wir schon leer gemacht genau so wo geht es denn jetzt lang links wird schon wieder geballert ah hier können wir schräg rüber schon krass so oft schon gespielt immer wieder geil und äh ja tausend tode gestorben krass wie der zombie immer in sich zusammensackt ne ich glaube unsere freunde sind sehr nah das gefühl habe ich auch ja ich habe das gefühl die bekämpfen schon die spinne oder so es macht mehr munition super da hat einer ein erschwerter hinten sind sie also da und wo sind sie hat mal hatte ich nicht ich dachte ich hätte ein fernglas dabei ohne fernglas kann man nicht in die ferne guck ich ihn da ist ja ich habe ihn mal angeschossen jetzt werden sie es uns gleich besorgen ich hoffe er hat sich irgendwo versteckt dass wir da aus dem versteck vorkommt dass ich ihn dann sehe siehst du so ja ich habe einer ist von rechts nach links rüber gelaufen ah scheiße der hat mir genau in den kopf geschossen ich blöd mal ich habe gerade nachgeladen der ist genau links vom baum genau also das verpflichtet weiter jetzt aber drauf alter geil was ist ihm besorgt weil sie da zwei gewesen hast du beide platt gemacht ja ja alter ich war kurz wieder und dann ja und dann nächste dir die wunde alleine zu und kümmer die kurz sind dann das sehr heftige dem anderen habe ich gleich den kopfschuss verpasst das ist ja mein mann mann ich hoffe dass kein dritter aber eigentlich habe ich nur zwei gesehen ja dazu möchte ich mich nicht mehr äußern weil du sagst immer das bestimmten dritter und ich sage nein da ist keiner und er macht das ist ja genau da ist der eine und der andere noch einmal sind doch drei einmal verbrauchsgüter habe ich bekommen ich habe einen mit dem der bombe erwischt alter heftig der jäger wurde bereits geplündert den kann ich nicht plündern was echt ja und die kann ich auch nicht plündern hier aber normalerweise kann man die plünder ja aber bei mir steht der jäger wurde bereits geplündert wo das tut man den ersten konnte ich plündern komischerweise hicks aber okay macht nichts trotzdem geil alter du hast drei leute platt gemacht jetzt ja das ist ja rambo er das ja unglaublich auf jeden fall so okay dann müssen wir in die richtung hier nur mal kurz hier bei den ruinen gucken ob es so ein heil kit medikit ich will nicht meine ganze heilung verbrauchen stimmt das ist auch gar nicht verkehrt nicht ohne gut mir fehlt doch nur ein kleiner balken genau wie bei mir ist da ist nur munition aber keine die wir einsammeln können oh hier die zeilung war das gut ich komme auch mal hin kann ich mir auch mal einen balken krallend alter drei leute platt gemacht man 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 das also das ist mein highlight runde das ist ja unglaublich ja vor allem den dritten wusste ich gar nicht dass ich ihn tot gemacht war ja der ist irgendwie durch die durch das dynamik gestorben hunde hunde da ja sagen die übrigens vom vom gericht auch immer ich wusste ich wusste gar nicht dass da einer gestorben ist ich war das gar nicht ja leg dich schlaf in chantal was das ich glaube das war es sind munition drin ja hier ist noch munition war nur eine ganz kleine packung das ist egal klein vieh macht auch müsst oh im ortler gut gemeinschaftsarbeit ja mal die munition holen sehr gut alter ich komme da mal noch nicht drüber hinweg drei leute mann 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 er das ist ja schon das ist ja schon unglaublich hier sind noch mehr hunde alles klar dann komme ich mal runter ja bei mir so ähnlich also ich finde aber auch ich muss sagen bei handschauen was mir irgendwie gefällt ist die grafik es ist so es hat irgendwas so wie was urtümlich ist jetzt nicht so die mega gehypte grafik aber trotzdem auch gut ja das stimmt hier gibt es ganz viel heilung aber keine munition ich habe etwas brummen gehört komischerweise aber hier ist auch gar nichts was brummen könnte ich glaube nicht na gut wollen wir die spinne uns krallen ja machen wir die spinne fertig ja so ein lager nicht schlecht hier diese wagen die brennen wo es immer auf munition gibt stimmt die waren immer richtig gut gerade der konzer einsammeln ohne ende aber meistens war es dann so dass die munition schon wieder fast voll war ich glaube jemand bekämpft die spinne schon ja ist munition drin hier gibt es auch noch munition jetzt muss man gucken wo die typen sind mit mit der spinne bestimmt hier ja hier ist auch der spinne netz hier gibt es noch mehr munition draußen weg weg mein tod sehr gut ich nehme mir erst mal hier die munition alter geil hat die schon leer ja da ist der andere auch ist der ein auch platt gemacht ja alter gut alter sind schon fünf gegner weg ja aber mal gucken ob der zweite vielleicht gibt es einen dritten ja ich bin mal das versuchskaninchen gibt es eine falle musst du aufpassen vor uns direkt links warte ich zeig es nur da so ok ich gehe mal er drinnen tot einmal getroffen hat das so ein ablenkungs teil ja hast du den hier schon geplündert den habe ich schon geplündert aber den hier drin irgendwie habe ich noch nicht gefunden der ist direkt müsste links hinter der tür sein also wenn du hier ist er ah warte mal ich bin lad noch mal nach ich gehe mal raus weil die hat mich auch gerade hier vergiftet ja der liegt da auf jeden fall rum mhm ok dann ich versuche sie mal gleich mit äh na bombe zu erwischen mhm ok mit so einer sticky bombe jo ich hab da kommt sie wieder dicke spinne vorsicht oh scheiße ich hab sie nicht erwischt mist die ist gerade gesprungen lauf da weg weil da ist jetzt eine bombe ah ok was hoffe ich werfe auch mal eine bombe rein ja ich bin auch draußen ich bin schon wieder vergiftet oh hast du sie erwischt mhm ich glaube nicht ich warte die ganze zeit dass sie jetzt noch mal ankommt ah jetzt kommt es glaube ich irgendwo kommt es angekrabbelt kommt putt 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 achter um alter das war mal ein special move die springt jetzt so ja die ist von der decke runter boah ich muss jetzt hier mal raus und mir mal eine spritze geben und hoffen dass hier nicht gleich noch einer um die ecke kommt ah das ist wieder so offen hier das ganze ne ja ich hab mir jetzt mal seine schrotrinte genommen vielleicht kann man damit die spinne besser killen mhm alter das springen war aber echt geil die ist so von der decke gesprungen alter aber hat mir so in den kopf gebissen wo ist die jetzt alter und die flinke kommt sie oh nein hier ist auch ne munition komm 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 spitter man mensch die hat doch nicht mehr viel achter hast du sie ja sehr gut hier oben ist auch noch munition okay ich werde sie jetzt erst mal verbannen ich gehe mal runter und hole mir meine andere waffe hier ist auch noch munition falls du brauchst ja definitiv ich gehe mal nach oben da gibt es auch Muni sehr gut mal wieder gucken wo ich hier nach oben komme manchmal sehe ich doch den wald von lauter bäumen nicht so die tür habe ich mal zugemacht was hat er denn eigentlich für eine pistole gar keine ja jetzt habe ich auch jetzt habe ich auch nach oben gefunden endlich also dass ich das nicht gesehen habe ich bin immer links gelaufen anstatt rechts hier ist sogar noch eine ganze munitionskiste genau ja oben stimmt ich gehe auch noch mal kurz ich weiß auch gar nicht nach oben gekommen bin ich bin in voller panik vor der spinne hier ja genau da musste an der spinne irgendwie links oder rechts ich habe das auch nicht gefunden ich bin die ganze zeit rumgerannt wie forrest gump und dann habe ich es endlich gefunden so ich beobachte mal ein bisschen die umgebung hier ich draußen jemand sehe wobei das ist ein bisschen eine einseitige sicht der kann ja auch von der anderen seite kommen das stimmt also alter fünf gegner das haben wir noch nie gehabt wenn wir das überleben alter das wird richtig richtig fett weil das gibt ja punkte ohne ende das stimmt man 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 nö ich mach mal wieder zu und guck gehen wir nach unten oder ja würde ich auch sagen hier ist auch noch munition ja genau ich habe schon aber hier ist noch eine ganze kiste sehr gut für ich da irgendwie im spring oder ich weiß nicht ich bin auch gerannt wie so ein ira grabe das hat sich so angehört so also wenn einer ich hoffe nicht fährt hat eben gewirrt aber nur so leicht an der das kann er lang gelaufen ist nur der fette lang gelaufen so alter 91 all das wird aber spannend jetzt und da jetzt nicht doch irgendwie was dazwischen kommt oh gott raus geht's ganz auf der anderen seite der map ach du scheiße das nenne ich mal spaß so ich hab sie ja ich nehme auch mal dann können wir ja los ne jo also wo lang da lang ich mach mal hier guck mal raus ich sehe keinen ich habe auch im kann gesehen und versuchen unser bestes ja sieht gut aus also zwei sekunden habe ich noch zum gucken ich auch aber das war's Mist hier sind überall diese gebäuden weg oh oh ich höre den emulator oder wie der heißt ja der war hinterm zaun ich hoffe dass der nicht hinterher kommt ah und oben ist die saatenmutter ey alter wiese von ihrem scheiß da runtergetrieben wird ne das hat ein bisschen lauer gemacht ja ich muss jetzt die spritze benutzen das bringt nichts ok prima ich jetzt noch mal munition falls ah ne das war hast du was schon genommen alter falter ey das ist ja mal ne runde oh das also wenn das nicht mal ein highlight ist ey das schmeckt ja mal gucken man weiß ja nicht wie viele spieler noch auf der map sind mhm oh alter voll weg berätselt bam oh nein da ist noch so ein emulator typ oh da hinten ne ja vielleicht können wir weg laufen ne oh nein wasser teufel mhm ah dann komme ich lieber über die landverbindung zu dir ja der ist aber weg man 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 das ist ja also es gibt ja echt es gibt ja gute runden und es gibt gute runden aber das ist ja eine bis jetzt sehr gute runde da gibt es munition oh sehr gut das schmeckt ok oh jetzt glück haben und keiner mehr kommt ey dann das wäre super aber wenn jemand kommt ist scheiße weil ich habe null heilung mhm ich kann dir jetzt achso ich kann dir eine spritze geben nein ich brauche ja keinen also mir fehlt nur ein balken aber das ist jetzt nicht so schlimm mhm ok wo nochmal einer der gemessert werden will mhm ich guck solange hier kurz nach heilung mhm solange du ihn messerst ne hier ist nichts alter der typ der sieht aus wie so ein trocken zerfleddert das altes buch irgendwie so eine mischung aus federn pappen und äh was weiß ich für ein gedöns ja das stimmt achso dadurch dass diese ausgänge alle so an derselben stelle sind könnte sein dass jemand da auf uns wartet mhm hast du noch so eine tolle sicht ne ja leider nicht wasser teufel ich habe noch eine sekunde sicht ach ok aber das ist nicht wirklich viel ne ne ich versuche schon mal meine augen links und rechts zu halten aber ne das oh hier gibt es heilung sehr gut ja mal gucken ist das die kutsche ne das wird wahrscheinlich wieder so ein wasserboot zu haben ne denke ich auch ui 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 ok sehr gut dann müssen wir hier wahrscheinlich rüber zum turm da ist er ah das oh das ist ja geil dass das jetzt wenn das jetzt anfängt zu zählen jetzt dürfte eigentlich nichts mehr passieren hoff ich doch ja mal richtig fett schotter gemacht alter aber das also so eine punkte zahl hatten wir noch nie und äh ich denke mal die erfahrungspunkte wow yee alter mega runde Vielen Dank.